Tausend muntere Kadetten werden hier jeden Tag gebaut. Jawohl tausend Opel Kadetten, aber alle nach Maß. Elektronisch gesteuert. Vielleicht ihrer hier? Mal sehen. Steht alles hier drauf. Schiebedach, Lackierung blau, Radio und und und. Übrigens zigtausend Kombinationen. Glauben Sie nicht, rechnen Sie mal nach. Aber das ist meiner. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn zu fahren. Oh, Kleinigkeit fehlt noch. Schönen Dank, Meister. So, jetzt steht ihr auf eigenen Beinen. Wirklich ein Anlass? Zum Anlass. Gehen Sie doch zum Opelhändler und suchen sich Ihren Kadett aus.